Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Es wird mir wieder Zeit für einen neuen Fernseher. Gut, hätte ich die Kamera ein bisschen tiefer eingestellt, dann würdet ihr jetzt einen Hisense 55 Zoll 4K Fernseher, ist genau so zu sein, der BE7000 da sehen. Warum halte ich den jetzt hier in die Kamera? Der ist nämlich selber gekauft, damit es nicht immer heißt, hier, oh, Fernseher, die werden ja immer nur von A und B und sonst wieder zugewirkt. Und was das Schöne an diesem Teil ist, wir hatten jetzt letztens erst das Xiaomi-Ding, wo ja viele ausgeflippt sind für 400 Euro oder 450 Euro. Da habe ich ja gesagt, es gibt auch von TCL, von Hisense, auch Samsung, unter 500, 500, 55 Zoll 4K, ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Der eigentlich auch nicht, aber es war eins von diesen Black Friday-Angeboten. Der hat jetzt Pi mal Daumen 300, 315 Euro gekostet. Und darf hier so ein Ding kriegen? Ich bin mal gespannt. Also meine Erwartungen halten sich in Grenzen. Aber ich freue mich jetzt einfach mal, auch wieder diesen Wechsel zu haben von meinem Hisense 43 Zoll mit 4K, der damals auch 333 Euro gekostet hatte. Und jetzt zwei, drei Jahre später kriegt man für die gleiche Kohle, wenn es mal wieder ein Angebot ist, schon 55 Zoll. Schön. Also ich würde mal sagen, packen wir es schnell aus, packen wir es an. Und ein kleiner Zeitsprung. Wir haben den Fernseher ausgepackt, haben die Füße dran geschraubt und gesehen, schon wieder sind die Füße breiter als so ein normaler Lack-IKEA-Fernsehtisch. Und das rächt sich jetzt einfach gerade. Ich habe nochmal nachgeguckt, beim 55 Zoll Hisense, hätte man den 65 Zöller genommen, da hätte es zwei Optionen gegeben, um die Füße dran zu schrauben. Ich habe dann erstmal was anderes oder wir haben was anderes ausprobiert. Jetzt steht er so, aber ich habe das Gefühl, das verdeckt hier und da ein bisschen die Lautsprecher. Muss ich mir noch was einfallen lassen? Meine reizende Assistentin, die sind jetzt nicht mehr dazugekommen, wir haben ein bisschen geguckt, aber ich konnte halt nicht mehr den Laberteil hier aufnehmen. Und wir haben nicht das Fernsehkabel dran geschlossen oder das Antennenkabel anzugeschlossen. Erstmal vorweg, für den Preis, auch jetzt mit kurzem Abstand nochmal drüber gucken, wirklich zufrieden. Ich meine, als letztes hatte ich hier den Xiaomi, wo die Erwartungen hoch waren. Jetzt habe ich hier den 313 Angebots Hisense, der, ich habe den auch gerade nochmal da geguckt, eigentlich knapp 500 Euro kostet, aber eigentlich auch immer für 400 weg geht. Ich denke mal, das haben die Xiaomi-Dinger geschafft. Und bei dem Angebotspreis, selbst bei 400 Euro, kurz zusammengefasst, als wir eben bei dem Teil saßen anschließend zwei Nerds hier auf dem Sofa, die auch den Xiaomi ausgepackt haben. Und das soll hier noch gar kein Xiaomi-Vergleich werden. Aber es war so Kategorie, wir guckten uns beide an und ich habe nichts gesagt. Und wir waren uns absolut einig, besser, also Bild, sowas von besser als beim Xiaomi. Auch der hat so kleine Lichthöfe unten rechts in den Ecken, fallen aber beim normalen Fernseher in normaler Umgebung oder Beleuchtung null auf. Und wenn es halt ganz dunkel ist, dann hin und wieder, aber halt nichts. Oder andersrum für diese in der Preiskategorie total in Ordnung. Also da, wir reden hier für 313 Euro für 4K und 55 Zoll, überhaupt nichts zu motzen. Auch an dieser schönen Hartplastik-Fernbedienung auch nichts zu motzen. Apropos, ich habe eine Netflix, eine Prime Video und eine YouTube-Taste und noch eine Rakuten-TV-Taste. Viel wichtiger, da geht das YouTube-Video los im Hintergrund. Aber ich meine, Wechseln, Geschwindigkeit, gar kein Problem. Also, was heißt Problem? Alles im total grünen Bereich. Fernseh, Sender umschalten, dauert wieder etwas. Auch Skalieren von SD-Material hoch, das ist jetzt noch nicht so prickelnd. Aber es ist etwas, wo man noch zur Not, was weiß ich, man guckt halt den sonntäglichen Tatort und seppt da ein bisschen rum. Wartet was. Aber das hält sich im Rahmen, sage ich an dieser Stelle. Also auch so fernsehmäßig, Umschaltzeit-mäßig passt das. Aber Bild ist das, auch Blickwinkel, wo ich echt von angetan bin. Und das soll es jetzt erstmal nur gewesen sein. Wie gesagt, alles erster Eindruck. Was auf jeden Fall auch schnell war, der Suchlauf, um die Fernsehsender reinzukriegen. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Klar, das ist jetzt auch erstmal der Anfang. Aber der erste Eindruck ist, ich bin echt angetan davon. Ich muss mich nur ein bisschen damit bremsen und mir auch immer wieder ins Gedächtnis rufen. Ich habe jetzt 313 oder 315 dafür bezahlt. Eigentlich kostet der 400, wenn ich jetzt mal die aktuellen Preise... Ich muss weg von diesem Black Friday-Angebots-Schnäppchen-Dingern. Sonst sitze ich hier auch und mache, was weiß ich, und denke mir, 950 Euro für einen entsprechenden OLED wäre ein Standardpreis. Ich weiß, da gab es auch Angebote und vielleicht kommt da noch was. Zwinker, zwinker, aber erstmal der hier. Erstmal der hier. Aber der erste Eindruck ist wirklich positiv. Und das Schöne ist einfach, das finde ich jetzt nicht mal, sondern ich hatte diesmal auch noch eine Zweitmeinung. Das soll es gewesen sein. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.